Das neue Jahr, es ist nun da. Ich hoffe, es wird für alle wunderbar. Feuchtfröhlich trat ich ins Neue ein, doch musste ein Bier schlecht gewesen sein. Denn heut am frühen Morgen bereitet Kopfschmerz mir nun Sorgen. Um nicht daran so lange noch zu leiden, muss Bloody Mary den Kater nun vertreiben. Einen guten Start ins neue Jahr wünscht Mann o Mann. Das ist doch klar. Das ist doch klar. Das ist doch klar. Untertitelung des ZDF, 2020